Hey und willkommen zu einer weiteren Folge Rocket League mit mir für Robo und wir spielen 3 gegen 3 Ranked mal wieder, dann ich will endlich hochkommen, ich will endlich kalt werden und so, so und wow, zack, erstmal hier safen, gehen nicht mal zum Befreiungsschlag dafür, lol, schon durchgesetzt und wow, really impressive von mir, nicht, weil ihr konntet einfach safen, aber egal, und natürlich macht er den rein, alter, was für eine Parade, alter, was save ich denn hier so krass, nur damit der andere den dann vergeigt, ey, guck mal, von ihm war nicht mal schwer, der war einfach nicht schwer, der war nicht mal zum Haltbau oder so, lol, richtiges Opfer, so, zack, oh, da kommt er aber ganz schön schnell, machen denn meine Mates da die ganze Zeit, ey, lassen die wir erstmal machen, ja, zack, da kann ich mich stehen machen, zack, oh, 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 meine Chance, nein, ich versau ihn, ich hab ihn really versaut, oh man, oh man, scheiße, mag ich jetzt weinen, halt ich mal viel, okay, meine nächste Chance, oi, okay, oder nicht, das wird doch eine Volllatsch für die, oh, da trifft die natürlich, lol, oh man, alter, könnt ihr mal bitte skippen, könnt ihr mal bitte skippen, danke, oh man, kann doch nicht wahr sein, ey, das kann doch nicht wirklich ernst sein, zack, hoi, nicht getroffen, geilo, na komm, zack, gesaved hier, zack, gut, hat er geblockt, alles klar, komm, wettner hat die nicht, wettner hat die nicht, was für eine Parade, alter, und schon wieder der, weißt du, es ist doch nicht dein fucking Ernst, ich kann immer noch nicht schreiben, Alter, ey, guck mal, 10 Punkte haben die beide, ey, boah, die sind wohl die schlechtesten Mates, die ich jemals hatte, ey, und ich verfehle ihn, lol, das wäre ein Tor geworden, wettner hat die nicht, oh, weißt du, den hat der, weißt du, diesen verkackten Ball hat der, oh, nice, wow, 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 der kann ja doch mal was, aber passen kann er immer noch nicht, nice, was macht der da, der weiß nicht, wie man fliegt, hier, komm, hau ihn rein, nein, stattdessen können wir jetzt noch ein Tor, oder was, no, nice, na, kann ich nichts machen, kann ich nichts machen, ey, oh, man, ey, da komme ich gerade auf, was soll ich machen, ich war noch in der Aufgabenphase, oh, man, ey, dann kann doch nicht der fucking ernst sein, ey, weg mit dir, weg, 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 alter, geil, kann ich nichts machen, wo, das ist doch nicht dein fucking ernst, ey, das kann doch nicht sein, was habe ich für Mates, boah, alter, wieso muss ich immer so Krebs Mates bekommen, alter, ich kriege da echt Aids und Krebs von, na geil, was soll das denn von mir, nice, komm, geh rein, ich habe keinen Bock mehr, und das sehe verloren, wiii, es ist doch nicht dein ernst, es kann doch nicht wahr sein, ich bin nicht mal schlecht, oder so, na gut, schlecht bin ich schon, aber nicht so krass schlecht, und dafür kriege ich gerade mal einen Befragenschlag, nice, nice, einfach nix bekommen dafür, cool, einfach mal ein bisschen drehen hier, zack, ich drehe hier meine Runden, na guck mal, die sind eh dauernd vom Tor, weg, Junge, weg einfach mit dir, dumme Fotze, boah, alter, so schlimme Mates hatte ich ja noch nie gehabt, ey, was machen die da, guckt euch das an, und wir sind weiter Veteranen, weißt du, die spielen wie Semiprofis, wenn überhaupt, und, oh, geil, geil, da hat man Glück, dass der Typ so doof ist zum Schießen, zack, oh, da habe ich ein bisschen, mich verfahren gehabt, und, ne, war leider nix, schade, boah, Junge, dann gehen wir nicht auf den Piss, oh, Mann, Alter, zack, uh, der Kugel ist mir das Tor geworden, Junge, die können nichtmals fliegen, oder sonst was, meine Mates, ey, sind zu doof für alles, und da habe ich das Geld vergessen, auszumachen, ups, weee, oh, cool, noch geblockt, aber hat er da nix gebracht, wow, hat den mal geblockt, unglaublich, wow, da hatte ich keinen Boost mehr, aber klar, ich kämpfe jetzt auf wieder das Boost, danke, und, wow, hat der super gesaved, war ja auch so schwer, komm ich nicht dran, oder, bin ich dran gekommen, ich weiß es nicht, ja, ich bin sogar noch dran gekommen, lol, Nein, ich habe keinen Boost mehr gehabt, lol, boah, Alter, ey, halt bloß die Schnauze, guck da, keinen Boost gehabt, geil, gut, zehn Sekunden schon noch, nice, die beste Runde ever, wuuu, nicht, alles klar, boah, junges, das geht ab mit euch, nice, schön verloren, äh, ja, wir sehen uns dann nicht so, und wieder bis gleich, hey, da sind wir zurück in der neuen Runde, ey, wie kommt das, die, ja, ich bin wieder 3G3 wreckt, und hoffentlich habe ich jetzt mal bessere Mates, ey, boah, waren die gerade scheiße, boah, ey, richtig schlimm, oh, cool, der kann auf jeden Fall schon mal fliegen, wer ist denn der wahre, oh, da habe ich mir ein bisschen nicht aufgepasst, der wahre Tomsi, okay, ist auf jeden Fall schon mal ein Deutscher, und er ist ein Zauberer, hui, und, schade, hätte ja klappen können, aber, ah, zack, okay, alles klar, und, ne, halt nicht, natürlich, was für eine Parade, Alter, wow, ich bin really impressed, knapp, schreibt er, das war nix knapp, das war einfach nur ein Scheiß zur Parade von dir, zack, oh, das war ja im Gegnerteam, der Typ, der das gestimmt hat, okay, alles klar, so, lassen ihn abprallen, oh, schade, hat er noch bekommen, Mann, ich hatte doch so schöne Sachen vorgehabt, meine, meine, meine Chance, ne, ich verhau ihn natürlich, aber, zack, oh, den Hauf hau ich auch, nice, hat den Boost bekommen, lol, hat den Boost einfach bekommen, ja, übrigens, das war besser, als was ich bis jetzt alles abgeliefert habe, der, nice, der geht ran, noch nicht, oh, der verhaut ja total, oh, ich hab Mut voll, scheiße, und der macht einfach gar nix, was für eine Parade, Alter, er steht einfach nur im Tor rum, er steht nur im Tor rum, und dann kommt der Ball, weißt du, dann, äh, rüttet sich einfach kein Stück, geil, geil, warum hab ich solche Mates, ey, ich würde ja nix 1 gegen 1 spielen, bloß 1 gegen 1 machst du einen Fehler, hast ihn direkt auch verloren, das ist auch so ne Scheiße, lol, wow, den hat er mal berührt, er hat mal was getan, jetzt klauen die mir jeden einzelnen Boost, oder was, fickt doch die Wand an, Alter, fickt doch die Wand an, zack, zack, nochmal bekommen, so, ja, danke, kleiner Homo, oh, scheiße, nicht berührt, ja, guck mal, was ich für einen Autohunfall habe, lol, wetten hat der nicht, uh, 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 man, gute Aktion, wow, I'm really impressed, wow, jetzt müsste ich echt mal so ein paar mal diesen Walltrip mal einfügen, aber ich vergesse es wahrscheinlich eh wieder, beziehungsweise ich hab einfach keinen Bock drauf, ja, jetzt kommt ein anderer und räumt einfach ab, lol, ey, es war jetzt so ein richtiger Podolski-Schuss, oh, man, lol, er hat ihn von mir bekommen, krass, wo ich extra so krass abgegangen bin, ich dachte, der springt gegen die, nix mehr, gegen den, äh, gegen die Border, oh, ups, wey, zack, uh, da geht's sogar, glaub ich, oder, oder? Nein, der war noch da und hat ihn geblockt, lol, oh, Mann, oh, der geht, nice, ui, zack, boah, da hat der meinen Schuss gehalten, ey, und dann das Ding geht rein, ey, oh, Mann, so ein Low-Ding, eigentlich, aber egal, also, ich bin schlechtester Spieler im Team angeblich, lol, einfach nur lol, was soll, ey, was machen die da, oh, hat er nicht, oder? Wow, er hat ihn doch mal, unglaublich, ey, ich bin die ganze Zeit nur am hustlen, und mein Team schillt einfach nur, eigentlich, oh, da bin ich daneben gesprungen, da hatte ich aber auch richtig beschissene Winkel gehabt, da kann ich nix machen, und der macht auch nix, geil, was für eine Parade, von ihm, guckt euch das an, hat er echt, er macht, ah, er ist auch noch hinten gesprungen, alles klar, oh, manne, das kann da echt nicht euer fucking ganz, natürlich blockt er den, oh, manne, komm, mach ihn rein, mach ein Tudel Segentur, nö, ist nix, wir machen, wir machen, ich wollte schon sagen, als ob sie ihn selber rein machen, hui, 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 plupp, oh nice, noch ein Tor, wow, geil, was ist das heute für ein Tag, was ist das für Spiele, mal ehrlich, ey, und ich hab immer noch 70 fucking Punkte, ich kann mich auf gar nix von denen verlassen, auf gar nix, wenn ich mal sind, die Hose scheißen können sie sich wahrscheinlich vernünftig, oh man, ey, oh man, kriegst du nicht, wow, also, solche Dinger, kriegen die hin, solche Dinger, aber sie kriegen keine fucking, ey, kann doch nicht euer Ernst sein, Alter, wie könnt ihr sowas hinkriegen, aber dann einfach so scheiße spielen, das lässt sich nicht in meinen Kopf rein, ach schade, ich wollte ein bisschen höher boosten eigentlich, aber gut, hui, voll komisch erwischt, aber egal, das muss man boosten, nice, wow, wir haben ein Tor gemacht, nochmal, hui, und ich hab einfach, ich krieg einfach keine Punkte, diese Runde, ey, das kann doch nicht wahr sein, man, und die können auch nicht skippen, oder so, ne, das ist auch der PS4 Spieler, oh man, Alter, jetzt, jetzt fühl ich mich nochmal gedemütigt, ey, boah, ich glaub, ich kann mich noch runter erschießen, ne, wir glauben an die Menschheit komplett verloren, dann hast du dich durch, du geh drüber, ja, danke, du kleines Arschloch, dass du mir meine Punkte klaust, Alter, jetzt fangen sie an zu spielen, jetzt, die Runde fast vorbei ist, und der mich einfach blockiert, nice, der blockiert mich einfach, geilo, ich hab den Boost nicht bekommen, oh man, ich will auch mal einen Boost, ich hab einfach keinen, kann ich denn bitte einen fucking Boost bekommen, nein, wir gehen jetzt dafür den hier holen, ich weiß, jetzt drauf rund ist, eh verloren, glaub ich zumindest, also, wenn wir jetzt in 10 Sekunden mal zwei Tore schießen würden, als ob, als ob, als oppi, oppi in meinen Mundi, Alter, das kann doch nicht wahr sein, 500 Typschen einfach nur im Tor, macht nix, und ich komm da reingeflogen, lol, oh man, Alter, kann ich jetzt mal bitte, wie Punkte noch bekommen, wow, jetzt hab ich die 10 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte, nice, und das war's, oh man ey, oh geil, kann man mal ein Tor, nö, gut, das war's für diese Folge Rocketly, meine Freunde, super schlechte Folge, boah, was waren das für Mates, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, haute rein, ciao, ciao, Bis zum nächsten Mal.